Du Otto, wir müssen noch eine Folge 11x11 drehen, das ist Freitag. Ja, ja, wir haben keine Sitzungswoche, wir hatten doch... Achso, ja, aber letzte Woche, letzte Woche hat's gefehlt. Ja, war eine stressige Haushaltswoche, ähm, ja, aber, hm, müssen wir gucken, wer ist denn? Ist eigentlich kaum einer da, aber weißt du was? Der 1PGF ist bestimmt da. Der was? Der 1PGF, also auf Englisch der Chief Whip, die oberste Peitsche. Was soll das sein? Mal ganz ehrlich, wer soll das sein? Fragen wir ihn doch mal. Ja, jetzt sind wir hier in einem noch relativ leeren Büro und neben mir steht der 1PGF, der Chief Whip, er hört sich doch. 1PGF, klassische politische Abkürzung, vielleicht sagst du einfach mal, was du jetzt bist. Also außer Johannes Vogel. Johannes, aber jetzt auch durch die Fraktion beauftragt mit der Rolle als erster PGF, worauf ich richtig Bock habe. Ähm, und die englische Bezeichnung ist Chief Whip. Ähm, da geht's vor allem darum, dass so ein PGF natürlich auch managen, organisieren und Mehrheiten zusammenhalten muss in Regierungskoalitionszeiten. Ähm, ich finde die Rolle ist aber deshalb cool, weil es noch mehr ist. Ähm, viele können sich so Generalsekretär bei einer Partei vorstellen. Ich finde es so ein bisschen so wie Generalsekretär der Fraktion. Du sprichst auch nach außen, du managst nach innen, auch für den ganzen Fraktionsstab bist du verantwortlich und kannst auch programmatisch arbeiten und mal Impulse geben und die Mischung ist cool. Also, du bist in einer Nicht-Sitzungswoche, in einem noch leeren Büro, weil du gerade im Umzug bist sozusagen. Klar. Warum bist du hier? Also, das Büro ist leer, weil ehrlich gesagt für uns war die, erstens dauert alles mit den Umzügen hier im Bundestag immer. Und zweitens für uns war jetzt nicht die Priorität ins Büro zu ziehen, sondern erstmal ans Arbeiten zu kommen. Aber irgendwann die nächsten Tage ziehen wir dann auch hier rein. Ich bin hier ja, wenn es viel zu organisieren gibt, auch Zwischensitzungswochen. Wir sind ja noch so in der Aufbauphase, organisieren die Strukturen in der Fraktion, müssen Stellen besetzen, die teilweise, wo Menschen teilweise in die Ministerien gegangen sind, haben tausend und eine Frage für die nächste Sitzungswoche schon wieder vorzubereiten. Ich mache gleich ein Interview, also auch Medientermine, ist einfach viel zu tun. Das ist Teil des Jobs, noch mehr in Berlin sein. Da kann man jetzt auch fragen, Chief Whip, oberste Peitsche, Führung heute, zumal Führung von Liberalen, da hilft die Peitsche wahrscheinlich wenig. Nee, ich glaube, deswegen mag ich auch den englischen Begriff nicht so, weil ich glaube, es trifft erstens die Zeit nicht und zweitens die Vielfalt der Aufgaben und drittens den liberalen Geist. Da muss man anders rangehen. Aber als langjähriger Generalsekretär der FDP in NRW, da trete ich jetzt nicht wieder an nach acht Jahren im Frühjahr, da muss ich mir irgendwann auch die neue Aufgabe aufbeizuführen, aber da hat man natürlich viel auch über Führung von Freien Demokraten gelernt. Ja, Führung würde ich gerne noch so ein bisschen, du hast gesagt mit 22 und das war glaube ich 2005. Ja, aber wenn ich das richtig rechne, dann wirst du jetzt, dieses Jahr, hast du einen Runden, spielt, ist Alter entscheidend bei Führung, ist Erfahrung entscheidend bei Führung, die Mixtur, was macht es aus, was glaubst du, dass es ausmacht? Aber es betrifft ja nicht nur dich, es betrifft den gesamten Fraktionsvorstand. Ich glaube, Alter ist nicht entscheidend. Man kann auch jung eine gute Führungskraft sein. Natürlich musst du ein bisschen Führungserfahrung haben. Natürlich wächst du daran und musst es lernen. Und ich finde fast das Wichtigste ist, dass du Freude daran hast, dass du es als eigene Aufgabe begreifst, nicht als Beiwerk, sondern dass du verstehst, Führung und Management gehört halt irgendwie dazu. Sondern dass du verstehst, das ist eine eigene Profession für sich mit allem, was dazugehört. Wie führst du präzise, dass du Mitarbeiter gut einsetzt und ihnen nicht Chaos zumutest? Wie führst du motivatorisch, man könnte auch sagen transformational, indem du Leute auch befähigst, empowerst, sie auf Aufgaben setzt, an denen sie wachsen können und auch zulässt, dass sie da größer werden? Das sind alles Dimensionen von Führung. Es gibt ja ganze Führungsforschung und sozusagen Literatur auch von unterschiedlichen Zugängen. Ich glaube, wie immer, ein Mix ist meistens das Beste. Aber sich damit beschäftigen zu wollen, daran Freude zu haben, das ist, glaube ich, Voraussetzung dafür, dass du eine gute Führungskraft bist. Und dazu gehört auch, dich selber immer wieder reflektieren, Feedback annehmen, zu überlegen. Eigene Fehler erkennen, weil nur dadurch, was man sich verletzt hat. Genau, da war ich gut, na, das kann ich mehr machen. Hier habe ich schlecht geführt, daraus muss ich lernen, ich als Führungskraft. Auch Feedback von deinen Mitarbeitern annehmen. Führungsfeedback nennt sich das. Das gehört alles dazu. Wenn du daran Freude, glaube ich, hast, dann bringst du die Voraussetzung. Ich habe noch eine Kiste, die mir aufgefallen ist. Das haben auch viele mitgekriegt. Du hast das ja auch getwittert. Du hast ja jetzt einen jungen Hund. Ja, seit letztem Mal. Ist ja auch eine Führungsfrage. Ja, allerdings ist der Hund ja sogar darauf gepolt, dessen Natur ist, sich in einem Rudel in eine Position einzuordnen. Und du musst dafür sorgen, dass es die richtige Position ist. Dann ist der Hund zufrieden und glücklich. Wobei ich dann jetzt nicht frage, wer zu Hause der Rudelchef ist, ob du oder deine Frau. Da gehe ich offen mit um, meine Frau, weil Rudelchef muss der sein, der mehr Zeit mit dem Tier verbringt. Und weil ihr mich hier in dieser Aufgabe gewählt habt, bin ich sozusagen die Nummer zwei im Rudel zu Hause. Das klärt eigentlich fast schon meine letzte Frage. Nämlich, wer ist besser, Geschäftsführer, ja, wir mögen das Wort eigentlich, aber wer ist besser zu führen? Der Beagle, die Julis, die BA oder die Fraktion? Da will ich mich nicht entscheiden. Da kannst du nur falsche Antworten geben. Wollen wir mal sehen, was er in den nächsten Jahren so macht. Boah, so, da haben wir das ja wenigstens nochmal hingekriegt mit dem 11.11 dieses Mal. Ja, ein Glück für 1PGF ist hier, aber was machst denn eigentlich du hier? Ich? Ja, ähm, äh, äh, Haushalt.